Hallöchen liebe Freunde, hier ist mal wieder euer Drani und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary, dieses Mal vom Strand der Uralten bei schönem Wetter. Ja, wir haben es hier, wie warm ist es hier? Nicht im Raum, 23 Grad, Sonne mit ein bisschen Wolken, passt ja schön, kann man sich schön in die Sonne setzen, wenn man das mag, ich mag es nicht, deswegen bin ich hier am Aufnehmen. Ah, ich brauche keine Farbe, ich muss mich nicht bräunen, nee, nee, ist eh schädlich, ich verstehe sowieso nicht, warum die Leute sich so bräunen, es ist unglaublich schädlich, aber gut, naja, ich habe halt keine Ahnung. Ja, Strand der Uralten, zum Vergleich zum letzten Mal hat sich nix gerne, ja gut, okay, ich habe wieder die alte Stillung drin, ich überlege aber gerade, soll ich Empower zu sehen, jetzt mal machen. Das heißt, hiermit wieder arbeiten. Das war eigentlich lustig. Ach komm, wir mal nochmal auf Wafuni. Da gibt es dann mal schön, hoffentlich ins Gesicht, Moment, gehen. Ah, so schön gegehend, und jetzt eine Stunde hinlegen. Ach nee, Mist, ich nehme ja auf, verdammt. Ich lasse gerade ein bisschen, ja okay, gut. Schein schwiegen im Wasser, keine Ahnung. So eine Höhlenmaschine habe ich ja nicht, aber habe ich keine Kohle. Und jetzt, ach blau, ich kann mal die Farbe da nie merken, Wutsch habe mir auch nie Mühe gegeben. Hm, 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 da alles auch. Gut, lol. Na ja, was wärmer das? Na, kommt schon her. Klinger kann man aber doch stunnen, oder? Stunwing. Ah, Mist, jetzt ist er raus. One stun. Und bam, da geht er da und trotz defensiver Zettel. Ah, du stirbst. You are going to die. Nein. Sie raus. Hopp ist er. Äh, also down. Inline. Und ein Stun, du sollst definitiv sterben. So. Na, ich... 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 Tja, Bob weg und wir gehen an den Poet und haben ihn und töten ihn. Mit dem Shadow an der Seite sowieso. Da geht er dann auch, voll heilen, nachwaffen. Die Poet und haben es kaputt machen. Ja, danke für den Grip. Ah, ein Chami. Mal töten. Ja, danke. Ich bin jetzt hier kein Zerg mehr. Ah. Hopp, kriegst wieder einen Stun. Ich muss gar nicht anfangen, um zu spinnen. Ja, das ist natürlich doof, der ist. Aber, das war. Danke. Wie kriegt er da? Ja, schön. Ich krieg jetzt das Tier ab. Da ist er, glaube ich, statt. Ach so, ich bin... Überlapp, Dinger. Und, dass ich das nicht richtig sehe, haben wir gleich gewonnen. Schnell, wie die hier durchbrechen. Den Dinger hat jetzt irgendwie nichts getroffen. Oh, doch. Hunter Stun. Boah, schon wieder daneben. Aber, der ist der Hunter. Und, der, äh, der Fall. Und, der Hunter natürlich. Und, jetzt der Priest. In sie. Gerade wieder bereit. Cool. Ohms. Ah, irgendetwas fällt mir da. Nehmen wir diesen Rufflecock da. Gibt's da einen? Ich doch. Ach so, genau. Ach, wenn es so ein bisschen ruckelt, das liegt daran. Ich hab nebenbei. Ich hab natürlich die Videos bearbeitet. Ja, Gott. Ich glaube. Hallo, Wario. Was ist denn? Du machst jetzt nichts. Na, jetzt stirbst du. Na, da macht's keinen Sinn. Haben wir zu schmissen wegen zwei Leuten. Wenn's hier mehr werden? Oh, das wär wieder cool. Nein, tut dann kaputt mal. Nein, tut dann kaputt mal. Kein Eis dann hier für dich. Hallo Krieger. Ich stirb dir schon bevor er da ist. Okay, jetzt ist es wieder so eine Kategorie, mir fehlt Equip. So, dann haben wir die erste Runde auch schon gewonnen. Das war eigentlich das abzusehen nach den ersten zwei Minuten. Nach der Entwicklung. So Mädels, dann puft mal schön. Ich kann hier eine Runde noch fressen. Nom 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 nom. Lecker Runde. Na, komm mal. Nom nom nom. Plop schon. Kann man eigentlich sterben? Stimmt. Kann man in der Vorbereitung sterben? Habt ihr schon nie gesehen? Ach so, hier so mit Sturzschaden und so. Eigentlich schon. Muss bestimmt total dämlich sein. So, die sind wahrscheinlich gleich da. Standarte sind bereit. Dann setzen wir die mal. Alle müssten Buffs haben. So, Wings sind bereit. Bubble ist bereit. Hammer ist bereit. Gib ihm. Eins, zwei, drei, vier nur. Ja, ja, ja. Stattkörper und alles. Sehr schön Hammer. Vier. Dann gleich mal. Ah, ist dann. Komm schon. Mist. Wall ist ab. Hab ich den gestunt? Ich hab noch nicht. Das ist doch ein Bot. Ach, äh, Bot oder irgendwas. Also, Entschuldigung. Ob da hab ich kein Bock drauf. Das können wir uns alle sparen. So ein Quatsch muss ich nicht mitmachen. Ah. Slow-Siegel an. Waschischkeit. Wenn man sich wegläuft. Das sind nicht. Oh, ich habe auch nichts. Ich habe nichts. Ich habe nur einen Stun. Dann wird geslogen. Nein. Ich habe nicht einschlagen. Slow. Nein, äh, ne. Ist. Oh ja, jetzt kommt er. Das geht. Bis dahin, er kriegt einen Stun. Oh ne, Schurke töten wir. Schöner. Ist. Nein, Schurke töten, Schurke, Schurke, Schurke. Geh mal in den Priest halt. Bis dann. Die Richtigkeit wieder rein, sonst läuft er jetzt die ganze Zeit weg. Inline Fail. Ali, keine Erd. Verrung, der aus dem Stun kommt. Schurke kriegt einen Stun. Oh ne, der hat nichts mehr, der muss sterben. Geht doch. Jetzt komm ich gar nicht ran. Wings sind. Ich hab nichts zu sagen hier. Jetzt los ich wieder rein. Ich bin mit dem PowerC jetzt. Nein, doch nicht. jaja, 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 jaja. Achamba. Ich mal. Komm mal. Ich mal. Ein, son. Oh Scheiße. Okay, jetzt reicht's mir hier. Ist das dann? Oh, scheiße. Halli kann aber nichts. Kann ich wenigstens den umbringen. Oh, er leckt mich fett. Oh, nein. Boah, diese Priester da. Ist das so vierter oder fünfter eigentlich? Ist das so durch? Oh, nein. Oh, nein. Oh, schon gewonnen. Cool. Ach, der hat sich Zeit schon abgelaufen. Oh, nett. Bisschen Schaden kam aber rum, ne? Bisschen Schaden kam rum. Schau mal gerade mal. Ja, ich glaube, die entsprechenden Fähigkeiten haben dann nicht so viele dazu beigetragen. Oh, noch übersprungen das Licht. Oh, 16.396. 16.600. Wahrscheinlich an irgendjemanden, der die Trinkets nicht drin hat und wenig Vielseitigkeit hat. Das kann ich mir nicht klären. Oder war es das Katapult? Keine Ahnung. 23.396. Kann man sich sehen lassen. Ich glaube, ich sage mir immer vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, dann ab damit in den Kommentaren, auf Twitter oder auf Facebook. Wenn ihr Fragen habt, Anregen und so weiter oder Wünsche, Vorschläge, alles her damit. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.